Wie sind die Physikvideos geordnet? Genauso wie die Mathematikvideos nach Klassen, nach Themen und Leute Suchfunktionen nutzen. Wer das jetzt nicht mitgekriegt hat bei Mathe, dem zeige ich es nochmal hier. Hier auf meinem Kanal, auf jedem Kanal, ist eine kleine Lupe. Wenn man darauf klickt, erscheint dieses Feld und da kann man dann eingeben, was man sucht. Also ein Stichwort genügt meistens. Nicht viele Stichworte und immer richtig schreiben, ist ganz wichtig. Dann müsste es eigentlich klappen. Also ganz cool bleiben und dann findet man auch sich in Physik zurecht.